Auf geht's auch eine halbe. Der zweite, den müssen wir da oben nehmen. Schatz ist der junge Zahler. Ja. Ja, eben. Genau. Dann habe ich zwei Flaschen bekommen. Jetzt sind die Flaschen rausgegen. Die Flaschen rausgegangen, die Flaschen rausgegen. Die Flaschen rausgegangen. Die Flaschen rausgegangen. Dann säichern, ja, ja. Die Flaschen sind ja, ja. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. So, haben sie es geschafft. Ich habe dir nicht zu viel versprochen, ja? Super. Möchtest du ja immer was trinken, mit Essen? Nein, nein. Ein Rindfilet, halb gut. Medium. Du kommst hier in den Jahren her, vier, fünf Jahre und so. Hier noch ein, das ist schon eine Ecke. Dankeschön. Und ich brauche heute alles so klar. Da haben wir ein bisschen Glück mit dem Wetter gehabt. Falls Sie jetzt geringen haben, dann haben Sie mal weichs noch. Genau. Ja, was soll ich sagen? Ja, sowohl. Ist gut. Gut gelaufen bist du. Wir werden noch den Vordersten mit dem Schwelmaum. Ja, da bringt er dir. Das musst du doch nicht holen. Wenn wir ins니까, leben wir eigentlich mit dem Schwelmaum. Ich gebe es auch. Oh, nein. Das NYU YouTube hat gesagt, das passt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Auto ist ja nicht das Problem, es ist ehrlich gesagt. Wir probieren jetzt rauszufahren, aber das reicht doch nicht. Nein, das reicht doch nicht. Das reicht nicht. Ah, da, ja. Wir probieren jetzt hier rauszufahren. Ja, das läuft gut. Jetzt fährt er auf Seite. Wohl, wohl. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Ist ja noch mal einer dort unten? Das sind ja zwei. Oh, wie kommt das? Die Spiergrünen. Oh, aber das auch hau. Psss, 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 psss. Wahnsinnig. Oh, ich probiere, dass es nachher zufällt. Das müssen wir noch mal sehen. Super. Max, nimm alles auf. Alles wird aufgenommen. Versicherungsbeweis. Komm. Komm. Das soll ich ins Auto gehen. Das fehlt mir auch für einen guten Chauffeur. Ich hoffe, es war das unten. Ich hoffe, ich hoffe, es hat sich gleich wieder da. Oh, das ist gut. Was ist das shared? Oh, das ist das eine Weibliche healthcare. Komm! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.